Wir haben kurz nach 8 Uhr noch mal telefoniert, da war Volk aber noch voll beschäftigt mit der Reparatur. Und er meinte, die Reparatur wird noch ein bisschen länger dauern. Das heißt, Sie haben im Grunde überhaupt keine Ahnung, wo Ihr Bruder tatsächlich um Mitternacht gewesen ist. Das wissen Sie nicht. Ich war doch zu Hause, aber wie soll er wohl in diese Handschellen geraten? Von selbst wohl ja nicht. Natürlich konnte er sich selber damit anketten und zuvor hat er auf mich geschossen, genauso wie damals auf seine Freundin. Ihr Bruder ist eine tickende Zeitbombe. Noch Fragen an die Zeugin Breuer? Dann setzen wir mit der Schwester der Nebenklägerin fort, die auch auf der Party war. Anke Kloppmann, bitte. Und Sie nehmen an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Frau Kloppmann, bitte nehmen Sie Platz. Frau Kloppmann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Anke, Sie sind 36, wohnen in Köln. Was sind Sie von Beruf? Grundschullehrerin. Mit dem Anklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Frau Kloppmann, Sie sind die Schwester von Rechtsanwältin Klingenberg und sind Silvester 2009 natürlich auch auf dieser Party Ihre Schwester gewesen. Können Sie sich daran erinnern, den Angeklagten auf dieser Party gesehen zu haben? Kann sein, kann aber auch nicht. Das habe ich auch der Polizei so gesagt. Wenn ich ihn mir jetzt so angucke, denke ich eher nicht. Aber da waren so viele Leute, da konnte man sich wirklich nicht jedes Gesicht merken. Kirsten, du darfst mir jetzt nicht böse sein, dass ich damit komme, aber ich habe da noch mal ganz genau darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist alles ganz anders, als ihr denkt. Frau Kloppmann, wie war es, soll anders gewesen sein? Nein. Also alle gehen ja davon aus, dass man auf Kirsten geschossen hat. Und weil sie ja in der Schulter getroffen wurde. Aber ich glaube, eigentlich hat man mich treffen wollen. Ach Anke, bitte. Jetzt siehst du, jetzt bist du doch genervt. Aber ich muss doch ihr sagen, was ich denke. Vielleicht lassen Sie es einfach mal aussprechen. Wir hören jetzt mal weiter. Und weiter. Was war jetzt auf der Party? Ach, die Party war super. Und das Essen war toll. Und überall waren Fackeln im Garten aufgestellt. Einfach grandios. Ja, wir können es uns vorstellen. Ich habe die Bilder gesehen. Und ich meine, was Sie aus Ihrer Bibliothek gemacht haben, mit diesen Flaschen, beneidenswert. Weshalb hätte dort jemand auf Sie schießen sollen jetzt? Also ich habe mich da mit Kirstens Nachbarn unterhalten, mit dem Wolfgang, weißt du ja. Ja. Ja, und? Was hat der Wolfgang denn jetzt damit zu tun? Na warte. Also ich hatte mich an dem Abend wirklich ganz doll aufgebrezelt. Ich sah super aus. Das hast du selber gesagt. Und das fand anscheinend dieser Wolfgang wohl auch. Jedenfalls habe ich dann auch noch mit ihm getanzt. Ja, das stimmt. Lampada. Haben wir alle nicht schlecht gestaunt, oder? Hättest du nie vergessen können. Ja, das hätte ich mal besser sein lassen. Warum? Was ist jetzt nach diesem Lampada passiert? Also der hat die ganze Zeit an mir rumgegrabscht. Hier einen Arm rumgelegt, da einen Arm rumgelegt. Ich habe dann gesagt, Wolfgang, weißt du, also stehen kann ich noch alleine. Irgendwann haben wir uns dann hingesetzt und wumms hatte ich dessen Grabschfutter auf meinem Schenkel. Ja, aber das hatten wir doch jetzt schon zehnmal. Was ist denn daran so brisant? Ja, du weißt doch, was er dann noch zu mir gesagt hat. Er hat dann gesagt, komm, wir lassen hier das große Feuerwerk ausfallen und dann gehen wir rüber zu mir. Und dann machen wir unser kleines Feuerwerk, nur wir beide im Schlafzimmer. Genau, ein ganz kleines Tischfeuerwerk. Ich meine, auf die Idee haben Sie ihn doch möglicherweise beim Lampada-Tanzen selber gebracht. Nach Lampada kommt doch nicht mehr hin. Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Also ich habe dann zu ihm gesagt, Feuerwerk, ich gebe dir gleich Feuerwerk. Und dann hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Das interessiert dich, wie sah das wahre Gesicht von diesem Wolfgang aus? Ja, er war total angepisst und hat dann zu mir gesagt, was ich mir einbilden würde und wups, ist er abgedampft. Hat er nicht noch etwas mehr gesagt? Ich habe zufällig in der Nähe gestanden. Nee, also da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber eins weiß ich ganz genau, ich hatte panische Angst. Bei so Psychos weiß man überhaupt nie, wie die reagieren, wenn man die mal abweist. Und ich gehe davon aus, er ist rübergegangen, hat sich seine Waffe geholt, ist wiedergekommen, hat geschossen. Ja, und Kirsten hat er dann getroffen. Frau Klingbeck, ist Ihnen bekannt, ob Ihr Nachbar über Schusswaffen verfügt? Kann sein. Der Wolfgang ist Sportschütze, aber der würde nie auf einen Menschen schießen. Also wirklich nicht. Das ist ein ganz lieber Schluff, ist das. Und ja, der hat halt ein bisschen Pech mit Frauen. Und wenn er auf jede Frau schießen würde, die ihm einen Korb gibt, dann müsste der ständig um sich ballern. Also das kann überhaupt nicht. Aber ich meine, das, was Ihre Schwester hier sagt, das ist zumindest für mich jedenfalls genauso plausibel wie das, was der Herr Römer versucht, gegen ihn vorzubringen. Entschuldigung, Frau Tasitsch, das ist es mit absoluter Sicherheit nicht. Ich habe dieses Szenario mitbekommen. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen mitbekommen, Frau Tasitsch. Und vielleicht, um diese Geschichte hier aus der Schlusslinie zu nehmen, würde ich gerne dazu eine Aussage als Zeuge machen mit Ihrem Einverständnis. Ich würde mich bemühen, kurzfristig eine Vertretung für meine Aussage zu machen. Bemühen Sie sich noch Fragen an die Zeugin Kloppmann? Die Verhandlung wird kurz unterbrochen, bleibt unvereinigt. Sie nehmen hinten Platz, bis die Sitzungsvertreterin für Sie da ist. Herr Staatsanwalt Röber, dann darf ich Sie bitten. Frau Dreimüller hat sich angekündigt. Ja, ich hoffe, sie kommt auch. Das hoffe ich auch. Eintritt ist sie pünktlich. Frau Dreimüller, vielen Dank, dass Sie mal eben die Sitzungsvertretung für diesen Zeugen übernehmen. Ich danke Ihnen. Wer Sie spontan gemeldet hat, Herr Staatsanwalt Römer, nehmen Sie Platz. Auf Staatsanwälte haben die Wahrheit als Zeuge zu sagen, sonst machen Sie sich strafbar. Herr Staatsanwalt Römer, Ihr Vorname ist Bernd. Sie sind 41 in der Zwischenzeit? Noch nicht lange. Noch nicht lange, man sieht es nicht. Ich wohne in Köln, vom Beruf sind Sie Staatsanwalt. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Herr Staatsanwalt Römer, warum halten Sie es für ausgeschlossen, dass Wolfgang Mohr, also dieser Nachbar, auf die Zeugin Kloppmann geschossen hat? Weil es einfach nicht zutrifft, dass Herr Mohr mit der Welt abgeschlossen hatte, weil er die Abfuhr, wenn es denn eine Abfuhr war und nicht das alte Spielchen, ich sage nein und meine ja und ziere mich ein bisschen, weil er die, finde ich, verkraften konnte von der Zeugin. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ach, haben Sie mit dem Herrn Mohr gesprochen oder ich? Ja, natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Ich stand nämlich an der Bar während ihrer stilvollen, also stilvoll daneben gegangenen Lambada-Einlage, Ringelpiez mit Anfassen war es ehrlich gesagt etwas eher, da ist er zu mir gekommen. Ich habe dann zu ihm gesagt, Respekt, er hat die Ironie in meiner Stimme, glaube ich, überhört oder ausgeblendet und er hat dann zu mir gesagt, und zwar wörtlich in seinem kölschen Idiom, die Partie will es heute doch wohl wissen. Und das war ehrlich gesagt auch mein Eindruck. Lass den Staatsanwalt seine Aussage machen, was ich von deiner Theorie halte, das sage ich dir gleich noch, ne? Ja, aber jetzt erst mal der Staatsanwalt weiter. Haben Sie gesehen, wie es anschließend mit der Zeugin, glaub man, und dann ist dem Herrn Mohr bei Helfer gegangen? Das habe ich gesehen, also es ging ganz klassisch weiter, also man hat sich zugeprostet, man ist sich ein wenig näher gekommen, man legt die Hand auf den Arm und so weiter, alles ganz klassisch. Und dann, glaube ich, hat der Herr Mohr einen ganz klassischen Fehler gemacht und ist etwas zu aufdringlich geworden. Ich war kurz auf der Toilette, kam dann wieder und bekam dann eine Auseinandersetzung mit. Die war vom Wortlaut her ungefähr so, dass sie dem Herrn Mohr sagte, also so plump vertraulich brauchst du mich gar nicht anzumachen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und daraufhin sagte Herr Mohr dann zu ihr, tut mir leid, wenn ich jetzt das hier alles so erzählen muss, du bist auch nicht gerade die tollste Frau auf dem Planeten. Und dann hat er gesagt, also du bist ein bisschen fest um die Hüfte und dann hat er auch noch was gesagt, ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt hier so detailliert... Unbedingt, jetzt werde ich doch ganz neugierig, wir sind doch sonst nicht so genannt, Herr Römer. Bitte. Also er hat gesagt, hör mal, um die Hüfte bist du ein bisschen fest und obenrum hast du nicht halb so viel wie deine Schwester. Das tut mir leid. Ja, also mit anderen Worten, was heißt das denn? Nicht zu Ihre Gäste. Sie haben sich zu viel in Strafgerichtssälen getummelt. Die haben doch nichts anderes gesagt. Der Herr Mohr hat zwischenzeitlich eine Abfuhr bekommen und wurde dann auch extrem ausfällig. Also ich meine, von da bis zu einer Affekttat ist es doch nur so viel. Ich meine gerade auch, wenn man mit Kränkungen vielleicht gewohnt ist, umzugehen oder nicht umzugehen, wie auch immer. Ja, genau so ist es. Also genau so ist es natürlich nicht, Frau Dasic. Natürlich mal wieder der falsche Schluss. Dann teilen Sie uns doch bitte mal mit, warum Sie das ausschließen können. Weil Wolfgang Mohr gegen 23.45 Uhr bestimmt was Besseres zu tun hatte und mit dem Kopf ganz woanders war, als rüber zu gehen in seinen Wohnzimmern, sich da eine Waffe zu besorgen und sich die wie der junge Wärter selber in den Kopf zu schießen oder die Frau auf die Frau anzulegen, die er schon längst abgehakt hatte. Pah. Ja, da war was los auf dieser Party, das kann ich nicht sagen. Ich denke es langsam auch, Herr Schasserwald-Römer. Ich wollte heute Nachmittag noch fertig werden. Ja. Züge ich jetzt. Also ich habe gegen 23.45 Uhr so einen kleinen Rundgang durchs Haus gemacht und habe dabei den Herrn Mohr gesehen mit einer anderen Dame. Die war mir bis dahin nur oberflächlich bekannt und die schien sich ganz nah zu kommen. Ich habe sogar, Frau Vorsitzende, vielleicht kann ich das zum Gegenstand der Beweisaufnahme machen. Ich hatte mein Handy dabei und ich habe da ein paar Fotos davon gemacht. Dann können wir das auch noch einführen. Und das kann ich Ihnen mal zeigen. Die haben mich da genötigt zu fotografieren. Schön. Das ist das eine Foto, das ist das andere. Da sind sie beide. Und Sie meinen, er hat sich schön gedröstet und ist auf Gegenliebe gestoßen? Ich hatte den Eindruck, dass er bei der Dame auf extrem viel Gegenliebe gestoßen hat. Ja, auch Eindruck. Wenn ich ehrlich bin, vielen Dank. Herr Römer, für Ihren Eindruck kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nichts verkaufen. Können Sie das auch begründen? Da waren Sie schon mal auf gemischt geschlechtlichen Partys, Frau Tasitsch, und da gehen Sie immer nur auf Nonnenbälle. Ich weiß es nicht. Die beiden haben sich unterhalten. Dann hat diese Dame gesagt zum Herrn Mohr, weißt du was, ich lade dich auf einen Kaffee bei mir zu Hause ein. Die Party war sehr ordentlich. Frau Klingbeck ist jetzt keine Kritik, aber Kaffee gab es bei Ihnen wirklich nicht. Insoweit war das eine sehr gute Idee. Und dann sind die beiden zusammen in ein Taxi gestiegen und dann sind die weggefahren. Stellen Sie sich das mal vor. Wo seine Kaffeemaschine im Haus nebenan steht. Frau Tasitsch, wie zwei erwachsene Menschen die Frage, gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir beantworten. Und das müssen Sie schon denen selber überlassen. Was weiß ich denn, was der für Gründe hatte, nicht zu sich nach Hause zu wollen. Vielleicht lief es eben gerade gut. Jedenfalls sind die beiden ins Taxi. Die sind weg. Und um 23.45 Uhr und um Mitternacht haben die, was weiß ich, gemacht. Vielleicht sogar Lampada getanzt. Aber Herr Mohr ist nicht auf der Party gewesen. Definitiv nicht. Und schießt auf eine Frau, mit der nichts mehr zu tun hat. Also damit können wir jetzt hier abschließen. Oder gibt es noch Fragen an den Zeugen Römer? Das meint die Frau Vorsitzende. Das ist mit Sicherheit die Kriminalpolizei. Nehmen Sie ruhig an den Anruf. Drei Müller, Apparat Römer. Ja, ich gebe es weiter. Der Zeuge Alexander Orlowski könnte jetzt hier vernommen werden. Schön. Dann setzen wir mit Herrn Orlowski fest. Herr Orlowski, bitte zuführen. Bleibt unvereidigt. Herr Staatsanwaltrömer, Sie könnten weiter übernehmen oder erfüllen Sie Ihre Rolle als Zeuge? Ich finde es ja auch ganz interessant, aber ich glaube, ich übernehmen. Zu Ende. Und Sie übernehmen, seien Sie so nicht weiter. Vielen Dank, Frau Dranzer. Kann ich doch Frau Tazic nicht antun, hier aus dem Saal zu gehen, so früh. Nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Vielen Dank. Es gab einen Kaffee im Übrigen. Gab es? Ja, natürlich. Ah ja, danke schön. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. 55. Herr Orlowski, Ihr Vorname ist Alexander. Sie sind 37 Jahre alt, besitzen die russische Staatsangehörigkeit, wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Türsteher. Sind Sie mit dem angeklagten Verwandten oder verspäckert? Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Aber glauben Sie mir, ich kann jedes Gesicht merken. Herr Breuer war der Zeuge einer der drei Menschen, die Sie am Silvesterabend im Restaurant Ihrer Schwester gefesselt haben? Ich glaube... Ja, der war dabei. Herr Orlowski, am Silvester 2009, wo sind Sie da gewesen? Im Flieger. Wo geht es hin? Nach Berlin. Ein Kumpel von mir hat Party gefeiert. Wann sind Sie abgeflogen? 20 Uhr. Das kann ich bestätigen, Frau Vorsitzende. Wir haben das zwischenzeitlich überprüft. Der Flug wurde nicht nur für ihn gebucht, er hat ihn auch genommen. Da hat einer eben so ausgesehen wie er. Was weiß ich, wer die drei waren. Wahrscheinlich seine Cousins oder seine Brüder. So einer hat es nur nicht nötig, die Drecksarbeit am Silvesterabend selber zu machen. Die haben mich festgemacht mit Handschellen. Als Warnung, was passiert, wenn meine Schwester nicht zahlt? Gib das doch zu! Mann, für mich geht es hier um alles. Kann ich jetzt gehen? Sobald ich Sie entlassen habe, derzeit noch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich habe den Krechle heute nicht erreicht. Wissen Sie, wo der ist? Nein, ich bin nicht die Nanny von Herrn Rechtsanwalt Krechle. Was wissen Sie über Schutzgelderpressungen im Breuers? Also im Restaurant der Zeugin, die da hinten in der Mitte sitzt, wenn Sie sich mal umdrehen. Davon weiß ich gar nichts. Können Sie sich nur Gesichter merken oder vielleicht auch einfache kurze Sachverhalte? Mein Gott, die Polizei hat das Telefon eines Ihrer Handlanger abgehört. Und der spricht dort mit Ihnen, wohin er die Einnahmen bringen soll für Sie. Und sicherlich nicht, weil er keine anderen Hobbys hat, sondern weil er für Sie arbeitet. Herr Lofsky. Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Was habe ich damit zu tun? Das ist Ihr Problem, weil auf Sie sehr viele lange Tage und sehr wenig Partys zukommen. Vielleicht in der Dusch. Frau Breuer, haben Sie den Zeugen Lofsky schon mal gesehen? War er an den Schutzgelderpressungen beteiligt? Er war der Wortführer an dem Abend, als alles angefangen hat. Ich will da krecheln. Also ich kann ehrlich gesagt gut auf ihn verzichten. Aber das mal zum Thema Schutzgelder. Da ist Silvesterabend überhaupt nichts passiert bei Ihnen. Frau Breuer, Sie wirken so, als ob Sie noch was sagen wollten. Ja, ich weiß ja nicht, aber vielleicht ist es bei Verbrechern ja auch anders. Aber ich kenne das nur so, Selbstständige kennen keinen Feiertag. Und ich habe das Geld ja nicht gezahlt. Insofern würde ich davon ausgehen, dass sich der Chef da selber drum kümmert. Das muss in solchen Kreisen nicht zwingend sein. Aber warum, fragen Sie sich das jetzt, zweifeln Sie doch an der Aussage Ihres Bruders? Leben nicht, meine Schwester glaubt mir. Ich weiß nicht. Herr Staatsanwalt-Römer, hat man eigentlich untersucht, die Wände, ob dieser Wasserrohrbruch, ob dem nachgeholfen worden ist oder ob der wirklich passenderweise kommt? Nein, das ist nicht gemacht worden, Frau Vorsitzende. Aber das ist alles komplett durchfotografiert worden und der Ort ist auch noch nicht saniert. Man könnte das also noch feststellen. Und die Überlegung ist tatsächlich, hat Ihr Bruder möglicherweise da etwas nachgeholfen, dass es diesen Wasserrohrbruch gab und dass er damit ein quasi unerschütterliches Alibi haben würde? Aber Volker hat doch gewusst, dass ich auf die Einnahmen von Silvester angewiesen bin. Das hätte mir doch nicht angetan. Er hat mich doch sogar noch getröstet. Natürlich hätte ich das nicht getan. Sag mal, Carmen, jetzt komm mal klar. Wie du rumeierst, bin ich mit einem Bein schon wieder im Bau. Herr Breuer, warum? Es ist die Aussage Ihrer Schwester. Frau Breuer, was denken Sie sich? Mein eigener Bruder kann doch nicht so schlecht sein. Das will ich nicht glauben. Volker, wenn ich doch nur sicher wüsste, dass du nichts mit diesem Mord zu tun hast. Was redest du denn da? Das weißt du doch. Fällst du mir jetzt in den Rücken, ja? Wir alle, oder was? Ha? Jetzt beruhig dich doch bitte. Also beruhig dich jetzt mal. Du bist genau so eine Schlampe wie alle anderen. Das will ich dir mal sagen. Du bist nicht einen Deut besser. Meint ihr eigentlich, ihr könnt alle machen, was ihr wollt? Alle? Ha? Das Miststück hier schmeißt mich weg wie ein Putzlappen? Ha? Genau. Die hat gekriegt, was sie verdient hat. Die hatte dafür zu sorgen, dass ich nicht im Bau lande, weil die übrigens selber schuld ist. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Die olle Wachtel im Bau hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Wegen der bin ich nicht nach zwei Drittel raus. Und meine eigene Schwester pisst mir jetzt auch noch an Karren. Ich fass das nicht. Was für eine interessante Aufzählung, Herr Breuer. Ich habe Sie ja interessiert zugehört. Und deshalb habe ich Sie auch trotz Ihrer Ausfälligkeiten nicht abgestellt. Ich meine, Sie haben also auf beide Frauen geschossen. Damals und jetzt wieder Silvester 2009. Haben Sie also die Haft nicht vernünftig nutzen können? Doch. Ich habe gehofft, dass ich bald freikomme und dass die bezahlen. Das hat mich am Leben gehalten. Bei dir wäre ich übrigens als erstes gewesen, Mariella Schätzelein. Aber du warst leider nicht zu Hause. Gott sei Dank. Noch Fragen an den Zeugen Orlowski? Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie Orlowski bitte wieder mit. Ich kann auf den Zeugen gut verzichten. Bleibt unvereidigt. Werden Anträge gestellt? Und schließlich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Vorsitzende, es war für mich sehr interessant, eine Rechtsanwältin mal an meiner Seite zu haben, die sonst da drüben sitzt. Und die das heute etwas anders alles gesehen hat als Opfer. Sicherlich emotionaler. Aber ich finde, sie hat es auch richtig gesehen. Der Angeklagte ist hier zu verurteilen zu der höchstmöglichen Strafe, die das deutsche Gesetz vorsieht. Das bedeutet lebenslange Freiheitsstrafe. Und ich werde darüber hinaus beeintragen, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Da können Sie sehr gucken. Das bedeutet, nach 15 Jahren findet keine automatisierte Haftprüfung statt und Überprüfung dessen, ob sie da vorherzeitig entlassen werden können oder nicht. Der Angeklagte ist absolut uneinsichtig. Er hat gerade im Gerichtssaal erneut eine Drohung ausgestoßen. Er hat Rache nehmen wollen an Frau Klingenberg. Er hat, weswegen denn, Rache, wofür denn? Wegen einer rechtskräftigen und zu Recht ergangenen Verurteilung. Das zeigt seine absolut durchgängig permanente rechtsfeindliche Einstellung. Er geht dafür über Leichen. Ich sehe weder in der Person noch in der Tat irgendwelche Gründe für eine Strafminderung. Er hat das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Aus Rache, niedrige Beweggründe. Ich meine sogar, dass man hier über die Gemeingefährlichkeit diskutieren kann. Das sind auf jeden Fall zwei Mordmerkmale. Das indiziert eine besondere Schwere der Schuld. Die absolute Uneinsichtigkeit kommt da meines Erachtens hinzu. Dieser Mann ist eine Gefährdung für die Allgemeinheit. Ich beantrage, lebenslange Freiheitsstrafe. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Richter-Württemberg. Hohesgericht, Herr Staatsanwalt, Frau Nebenklägerin. Ja, er hat eine Drohung hier ausgesprochen. Das habe ich auch nicht überhört. Aber er hat kein klares Geständnis hier abgelegt. Und ich sage Ihnen noch mal eins. Bei aller Voreingenommenheit, die ich Ihnen ja fast noch nachsehe, bei jemandem, dem Sie gegenüber haben, der wegen Mordversuchs rechtskräftig zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Es reicht nicht aus, was wir hier in der Beweisaufnahme gehört haben. Fassen wir doch noch mal ganz nüchtern, bitte, Hohesgericht, diese Beweisaufnahme zusammen. Wir haben eine sicherlich voreingenommene Zeugin Wente, die immer noch nicht gut auf ihn zu sprechen ist, was ich ihr menschlich absolut nachsehen kann. Ich bitte nur, den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage mit ganz spitzen Fingern anzufassen. Wir haben eine meines Erachtens ganz starkes Indiz-Wahlgegenüberstellung, die vollkommen unergiebig war. Und dann haben wir hier das Stichwort Schutzgelderpressung. Was wir darüber wissen ist, dass wohl eine Schutzgelderpressung so viel zur Schwester stattgefunden hat. Wir wissen natürlich im Moment noch nicht genau um die Umstände, aber wir wissen doch vor allen Dingen nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme noch überhaupt nichts. Wie ist denn dieser Mann jetzt wirklich in diesem Breuers angekettet worden mit den Handschellen? Wer war das denn jetzt? Wer steckt denn jetzt dahinter? Orlovski, ja oder nein, oder seine Band, oder seine Angestellte, wie auch immer Arbeiter. Für mich reicht das nicht aus, weil man weiß es frei zu sprechen. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin Tarsitsch. Für Rechtsanwältin Klingenberg wollen Sie als Nebenklägerin einen Antrag stellen? Ja, geschossen werden darf. Naja, also Wolfgang war es jedenfalls nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Mann seinen persönlichen Rachefeldzug nicht von sich aus aufgeben wird. Also, Sie gehören wirklich hinter Gitter. Sie haben das letzte Wort, Herr Breuer. Ihr werdet alle sehen, was ihr davon habt. Gleich spricht richtig. Im Namen des Vorgesetzten geht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die Schuld des Angeklagten wiegt im Sinne des § 57a Römisch 1, Arabisch 1, Nummer 2 StGB besonders schwer. Und er trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten. Herr Breuer, dieses Gericht hat hier keinerlei Zweifel an Ihrer Schuld. Und nicht nur, weil Sie es hier, nach meiner Meinung nach, gestanden haben, sondern auch wegen der anderen Indizien. Sie haben in all diesen neun Jahren nichts unversucht gelassen, weiter Druck auszuüben, trotz der Schwierigkeiten aus dem Vollzug auf Ihre damalige Freundin. Und Sie haben auch Druck ausgeübt auf die Rechtsanwältin Klingenberg. Leider sind die Briefe, das passiert halt so, dass wenn man bedroht wird, dass man diese Briefe wegschmeißt. Und zu vielen hinterher Beweis wird, glaube ich, ich habe keinen Zweifel, dass das so gewesen ist. Und am selben Tag, als Sie entlassen sind, stehen Sie bereits vor Rechtsanwältin Klingenbergs Haus. Und dass Sie sich entschuldigen wollten, das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Das stimmt schlichtweg nicht. Denn wenn das jemals gewesen wäre, es passt nicht zu allem anderen, hätten Sie, Sie jedenfalls, immer Worte gefunden des Einschmeichelns, wie Sie es ja auch hier versucht haben mit Ihrer Schwester. Und wegen der besonderen Schwere hier der Schuld. Wir sehen hier keinerlei Möglichkeiten für eine Milderung nach Versuchsgrundsätzen. Deshalb lebenslang. Und die besondere Schwere der Schuld wird hier auch festgestellt. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision. Einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Alexander Orlovsky wurde unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung in diversen Fällen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017